hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen lustige momente video in gold simulator 3 der ist so erfreut er hat mich vorher gegrüsst und freut sich so riesig der auch wunderbar fängt schon wieder lustig an sehr gut wir gehen mal kurz auf die baustelle um kurz zu schauen wir haben noch zwei missionen die ich im letzten part nicht wusste wie es ging haben nachgeschaut und ich bin schon um ich wollte eigentlich auf das blaue trampolinbau abdeckung zeugs ja genau exportiert sofort ist hier geschlossen ja hier ist geschlossen super ok ja was ist denn los mit dem was ist denn los was ist denn los die ganze baustelle brennt wo schabs einfach drauf immer diese baupuschzeugs teile ja ich bin zwar koch aber ich muss mal kurz ein paar andere sachen machen wo waren es machen wir doch das gesicht super hier jetzt brauche ich es auch nicht lol wo bin ich jetzt hier ah hier drüben hinten drunter hinter drin und runter hinten dran so jetzt jetzt haben wir aber alles zum explodieren gebraucht ist natürlich nicht so schön gewesen für die menschheit aber ja wir sind ja diesmal siegen also bewegt man sich haben wir sonst hier nichts mehr nochmal expansion ok dann nimm dich mal da passiert aber nix vielleicht kriegt ein bisschen wie ist das fischzüge da ja hallo geht mir gar nicht und ich hole mir noch ein ding äh ein ding etwas was ich brauche für lustige dinge ein jetpack genau so also lassen wir es halt nicht explodieren haben wir sonst noch etwas ach ja ich muss irgendwie ein 720er drehung ding machen jetzt glaube ich nach vorne und damit ich irgendwo lande also ein doppeltes vorwärtszeug habe ich gemacht ja direkt auf den kopf gelandet nochmals äh das zählt irgendwie nicht wieso zählt das nicht dann hat er rückwärts solltest ja das zählt ja das zählt wiii ah ist das geil ah ah schönes spiel ich lieb's aha nochmals eine goldstube what the fuck so also dann können wir mal zum nächsten gehen wir müssen an den strand ich weiß jetzt wie man die sandburgen ähm mitnimmt wir haben das glaube ich gar nicht so gefunden das sind glaube ich lila ne eimer und ähm da habe ich extra nachgeschlagen damit wir das noch machen können das wäre ich nie drauf gekommen ich habe glaube ich einen blauen eimer genommen und jo deshalb habe ich das nicht gecheckt wie es genau ging oder nein ich habe das falsch genommen hey hallo weg da platz da mit dem mazda weg da mit dem vectra so wir sind am strand hui jo also irgendwo hat es hier äh da sind sie ja die sind aber voll ah da sind welche die voll sind aber wir müssen sonst ah da ist zum beispiel noch ein eimer jo okay jetzt wissen wir wieder das machen lol ihm das bein weg ziehen jetzt ist es leer hä ich muss es zerstören okay das habe ich schon mal geführt jetzt nehmen wir den mit das ist der ersten sandburg ja jetzt ist auch wieder das drin sehr schön und hoppla ach komm schon yeah wir machen auch noch sandburg aber eine größe sehr schön da freut mich ja mein herz hallo es muss aber nicht wütend sein auf diese pöle es ist ein eimer nein es ist ein pöle muss das um immer kurz drücken und um geht das automatisch gehen wir mal in die andere richtung nehmen wir wieder einen eimer mit gut da ist noch eine sandburg sehr schön cool und schwimmen müssen wir auch noch ah es tut automatisch einfach loslassen gut yeah ich weiss nicht wieso sie das eingebaut haben das sieht ein bisschen komisch aus haben ziegen irgendwie probleme rutschen manchmal auf den marsch ja ich wusste dass hier noch eine ist sehr schön aber ich wusste nicht mehr genau wo ich dachte nach der brücke aber gut fertig ich glaube es ist noch nicht fertig es hat hier glaube ich noch zwei oder einen hat es hier noch aber es hat noch eine sandburg hier okay die hat es auch noch vielleicht ist jetzt fertig aber ich glaube wir brauchen nicht alle so und wo sind die witzigen dinge wenn man hier ein quest macht zeigt mir witzige dinge ich brauche sie für meine zuschauer okay okay da sind die lustigen dinge steigen wir lang ja was muss ich jetzt machen ah loyal counter strike ich wusste gar nicht dass das drin ist habe ich nicht mehr so in erinnerung sein war der e sand 2 ja das sind die maps namen ja bekannt wir müssen einfach sand ah wir haben ja fisch wir müssen einfach diese sandlöte zerstören ich habe immer so eine geile waffe gehabt ich weiß nicht mehr wie sie hieß aber sie war es immer so sofort eigentlich tödlich natürlich OP noch damals dann habe ich es gespielt 2004 oder so die mart haben das spiel schon draußen ich glaube schon war vor allem sehr sehr unfertig noch das erste und die nachfolge habe ich halt nie mehr holen wollen also schon eigentlich aber wenn man halt so geile hackten slays hat und noch andere auch lustige spiele und so wenn man alle ältere scrolls hat durchspielt und gothic durchspielt und so das brauchte einige zeit da hatte ich keine Zeit mehr gehabt für das arme counter strike ja und ich war auch bei Firewall eigentlich gerade so der ähm erfreudige war ein bisschen enttäuscht von dem Entwicklerstudio wegen einem gewissen halben Leben ich habe das spiel gespielt und ich fand es irgendwie nicht so gut ich weiß es auch nicht wieso der zweite Teil wollte ich immer kaufen und spielen und ich habe mich einfach irgendwie nicht mehr gut gefühlt ich weiß auch nicht, weil es mir nicht so ankommt bei mir bei mir kommen so Laborsachen einfach nicht gut an im Museum müssen wir glaube ich noch etwas machen und dann gibt es hier auf dem roten Haus noch etwas oh Bananen ich mag Bananen frage wenn sie glitschen ja schwerer als ein Fußball äh ich wollte ähm als Menschen als Jesus ins Museum nochmals hier bin ich nicht sicher was ich machen muss zerstören alles irgendwas muss man noch machen Ballons ich habe das gar nicht erkannt das Ballons muss man nicht irgendwie drauf gehen auf irgendwie ein Podest oh da habe ich jetzt nicht nachgeschaut also das habe ich auch nicht gefunden da hat er Kaka sehr schön die freuen sich über meine Nunfe ok dann gehen wir wieder raus ah ja dann können wir noch ein paar Sachen kaputt machen es ist der Destroyer Modus und das ganze Spiel ist zum zerstören von Manson gedacht und sollen Mansons auch ok 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 so können wir ein Screenshot machen davon der kommt dann Stomp ey äh gut 6 wunderbar wirklich schön ist schon vorhanden dann gut 7 ist das schon ein paar 7 boah ja das Spiel macht so viel Spass ich kann gar nicht verzichten ich muss unbedingt wie viel Fies kommt hier raus ganz viel Fies für was ist das eigentlich sonst immer Fisch immer Fischkopf was nicht die Tonne nein nicht die Tonne weiter ich muss unbedingt das Jesus groß werden wir müssen uns nachher teleportieren genau jetzt weiss ich auch was ich machen wollte noch. In die jene Stadt gehen wir noch nicht. Wir können hier an dieses Festival noch gehen dann mal. Hier haben wir jetzt ja auch gerade nichts Lustiges. Was macht der da? Oh, der trainiert da auf der Bank. Also Bist du süß? Das ist eine Frage. Denke ich. Okay. Ich muss kurz weit. Sorry. Ich wollte es nicht so schlimm. Ist sie tot? Nein. Komm, komm schon. Boxkampf, komm. Aber nur mal zurück. Komm. Komm. Was bist du jetzt enttäuscht? Machst du weiter? Komm. Mach weiter, aber schneller. Mach schneller weiter. Hopp. Mach weiter. Ach komm schon. I.T. Zeig es dem Lauer. Dem nettesten Mensch der Welt. Gut. Ich muss euch da etwas zeigen. Scheinbar ist hier in der Schöne. Habe ich extra noch ein bisschen ausgelassen. Noch etwas tolles. Wusste ich gar nicht, dass man hier genau, man kann den Traktor hier noch ein bisschen tunen. hier in der Kiste ist doch irgendwas. Es ist so geil, wie das Spiel einfach manche Sachen so buggy einfach Spaß macht. Okay, wir haben das glaube ich zusammen gemacht, ich und Leon, aber ich muss noch mal schauen, ob das geht, ob es nochmal geht. Genau, hier war es. So, hier habe ich auch irgendwas mit der Riesen, mit dem Riesen Nashorn gesammelt. Auch, glaube ich, eine Godstatue. Es ist die Zeit der Ernte für Drescher, den neuen Mäh. Den Mäh-Drescher. Okay, super. Ähm... Ich denke immer, ich habe irgendwas bekommen, aber einfach nicht. Geil. Ah ja, wenn wir schon in der Nähe sind. Machen wir das anders. Das mit dem, äh... Fertilizer. Also mit dem, äh... Döner. Was können wir dann ein anderes Mal machen? Schweine-Tsunami. Ja, das Spiel ist schon fast zu einem Let's Play geworden. Ich weiß. Aber das Spiel ist so umgehend lustig. Man kann immer ein bisschen übertreiben oder es noch lustiger machen und so. Ja, ich wollte es eigentlich in einem Livestream machen, aber ich schaffe es einfach nicht. Also so. Jo. Zu wenig Zeit und ich habe immer, wenn ich Zeit habe, dann andere Livestreams vor. Und es kommt jetzt auch viel mehr. Oh Gott, diese Riesen. Nein! Ich muss einmal alles verstehen. Upsi. Spermint wäre besser gewesen. Aua. Und dafür werde ich geschlagen. Gegen aggressive Menschen. Lasst die Ziegen gewinnen. So. Dann werde ich gleich direkt zur Ziegen. Ey. Jetzt werde ich aber wirklich zur Ziegen. Ähm. Ja, genau. Ich werde zur Banane. Komm zu mir, du böses Wesen. Und spiel mit mir. Das sieht so cool aus. Geil. Und die Hörner. Ja. Hahaha. So. Also wir haben nur noch einen Ziegen. Hä? Ah, das ist in den Boden gerammt worden. Das ist es. Dachte schon irgendwie. Ah, jetzt kann man auch hier noch oben drauf. Sehr schön. Äh, ja. Also ich hoffe, dass das mit dem Jesus dann lustig ist, wenn man groß wird. Die Banane habe ich schon ein bisschen groß gemacht. Aber ich komme nicht auf. So. Jetzt muss ich dich leider wieder schlagen. Oder das erste Mal schlagen. Auf jeden Fall. Muss ich. Oh ja. Wenn alles knackst, dann... Ah, hier kann man ja auch. Sehr schön. Äh. Äh. Was ist denn hier passiert? Ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, was das Feuerwehrauto gemacht hat. Nein. Nein. Wenn nur bis gehüpft werden würde, wenn es schräg ist und so. Oh. Vielleicht hier so direkt. Vielleicht weiter hoch. Ah, ich glaube, das kann ich gut hüpfen wegen der Bewegung. Okay, machen wir das mal nicht. Ähm. Ich habe ja... Ich will ja noch ein Ding holen. Stimmt. Können wir das noch in dem Park machen? Äh, darf ich das Feuerwehrauto haben? Schaffe ich das irgendwie runter? Ich glaube, das wird nichts mehr. Das wird leider nichts mehr. Okay. Schade. Ähm. Hier war auch irgendwas drin. Stimmt. Glaub ich. Muss ich mal nicht einsperren. Da ist ja einer drin. Ah, da habe ich mal irgendwas geholt. Oh, irgendwann mal. So. Elektro. Tankgerät. Äh. Tankstellen. So. Und das Haus ist immer noch so schön cool. Hier drinnen haben wir gleich alles geholt. Oh, diese Stromsachen, die muss ich mal in einem Livestream machen. Das wird nämlich ein bisschen schwer mit der Steuerung. Also ich könnte wirklich auf einem Gamepad umsteigen. Oder müsste ich alle Tasten noch leeren oder einfach umstellen. So. Äh. Was ist, wenn wir ein Auto groß machen? Ich würde das Dach auch so rum wenden, auch wenn es klein ist. Also wie es klein ist. Kriegen wir das gut hier runter? Nein, gar nicht mehr. Okay, jetzt geht es wieder kleiner. Ich weiss nicht. Es glitscht immer irgend... Ah, da ist es wieder. So. Aber es glitscht immer so bisschen beim Gummi... Beim... Leim herum. Wenn so grosse Zeugs oder kleine Zeugs ankommen. Und da ist leider genau bei dieser Vergrössungsmaschine so ein Schleimbatzen. Ist nicht so toll. Also wie glitchy ist das Spiel, wenn wir so gross sind. Also wie könnt ihr vorstellen, ist ein Jetpack. Ich hätte jetzt gedacht, irgendwo ist so ein Labor oder so eine Technik, wo es diese Jetpack einfach gibt. Aber nein. Es ist ganz oben auf den Silos der Fleischfabrik oder Lebensmittelfabrik, weil es ja Bananen hat. Dort auch. Okay. Wir müssen einfach ein bisschen größer werden natürlich damit, damit wir leicht nach oben kommen. Wie glitchy ist das Spiel jetzt? Ich glaube, ich glitche jetzt noch nicht so rum. Und ich werde jetzt auch nicht mehr grösser, weil es nicht mehr so gross wird. Und zum Abschluss... Ja, das geht noch. Können wir noch ein bisschen etwas machen für ein Achievement. Sehr, sehr schwer ist es. Da haben die meisten Leute scheinbar Probleme gehabt. Okay, es ist schon zum Glitschten gehören. Was ist das? Ich frage mich immer, wie kommt so etwas zugrunde? Wie kann man sich jetzt wieder befreien? Okay, jetzt. Man wird automatisch wieder so zu Krümelmonster. Ich habe das Krümelmonster entdeckt. Geil. Okay. Die, die, die. Ich will nur schneller sein. Und ich will hier hoch. Das ist wichtig. Wieso geht der immer kaputt? Immer die Knie brechen. Oh, dankeschön. Habe ich gar noch nie gesehen hier. Äh, ja und jetzt? Jetzt hängen wir einfach mal fest, Dinge. Dankeschön. So, ich muss hier hoch. Oder nein, hier. Genau, ich bin nicht nach oben. Nein, du hast es nicht eingesammelt. Wieso hast du das nicht eingesammelt? Ach komm schon. Jetzt kommen wir wieder nicht gut hoch. Das Spiel kann schon ein bisschen nervig sein, wenn es um große Dinge geht. Nein, nicht in die Richtung. Ach, Mann. Wir müssen irgendwie resetten. Ach komm, wir resetten kurz. Ähm. Ich glaube, so geht das Resetten. Oh, das ist ja heftig. Es ist so etwas von nervig. Nein, es resetet nicht. Oh, Mäno. Ich habe das ganze Spiel wieder gebraked. Oh, guck da. Ja, ein Fahrer. Ja, ja. Wir sind ganz gute Fahrer. Wir nehmen aber dafür noch die Ziege mit. So. Du bist in Freiheit. Komm mit. Ja. Doch kein. Da nimmt die Ziege. Und hier. Ziege. Hallo. Mach doch mal was. Zeig eine Reaction. Hier, Reaction. Ui. Ich hab ne Ziege. Ich hab ne Ziege. Boah, die hat Angst vor Ziegen. Und Jesuses. Ui. Ich hab ne Ziege. Ich hab ne Ziege. Ich bin froh darüber. Über dieses Geschenk. Nein. Ich bin keine Ziege. Ich bin ein Jesus. Dieses Mal. Manchmal. Wenn ich Spass dran habe. Bin ich ein Jesus. So. Endlich. Aber schön, dass ich hier Trampolins fahre. Das Spiel macht aus allen Dingen, die ein bisschen flexibel sind, Trampolins. Die Physik. Liebe Physikstudenten und Physiklehrer, Physikarbeiter. Ist das logisch? Kann man davon von Realismus, kann man das als Realismus bezeichnen, als realistisch? Hm? Togo ist nicht so aufgeklärt. Der ist eher bei anderen Dingen gut. Zum Beispiel beim Zocken. Ja, okay. Ich könnte auch besser sein. Natürlich. Aber ich mach's eben gerne. Physik studieren mach ich nicht so gerne. Tut mir leid. Dafür komme ich hier nicht hoch. Also Physik hatte ich in der Schule fast nie. Weil die einfach nicht wollten, dass wir Physik haben. Die Lehre und... Palette! Hallo! Die Palette ist hier. Oh. Ja, sehr glitschig. Darf ich auch mal ganz normal irgendwie hochkommen? Seht das? Oder ist der Jesus wegen der Statur so verbaut? Ja, so wollte ich eigentlich nicht hoch, aber dankeschön. Und jetzt haben wir es endlich... Gott, Gott, nicht noch runterfallen. Aber kann man hier rein? Was passiert denn? Oh, geil! Okay, wir sind weiter weit. Das ist jetzt nicht ganz etwas, was ich will. Als Jetpack, hä? Ich wusste jetzt, dass es damals auch schon ziemlich schwer war. Also. Ich möchte einfach nach oben. Geht das? Wieso geht das nie? Der grosse rote Knopf. Also, wir steigen hoffentlich, oder? Ich sehe nichts. Instinkt anpinnen, okay. Ich glaube, da passiert nichts, weil wir einfach nicht viel hoch genug kommen. Aber die Dinge, die Wolken, die gehen. Aber ich glaube, es ist gar kein Instinkt. Also, man muss das Instinkt zuerst haben, oder? Ja, ich drehe mich einfach nochmal ein bisschen, dass ich nicht aus der Map fliege. Jo, und währenddessen muss ich ja noch kurz warten. Tut mir leid. Haben wir noch nicht gesagt, wir machen noch etwas? Okay, wir sind oben raus. Wir sind zurückteleportiert worden. Genau, wenn wir schon hier sind. Wollte ich noch kurz etwas Lustiges zeigen. Das ist sehr gut. Also, da gibt es wieder eine Anspielung auf einen bestimmten Mythos. Und der Zigenturm hier. Könnte mich auch aktivieren. Boah, er war doch irgendwie... Oh, hier ist ein Haas, oder ein Fuchs. Geil. Da drüben ist er, okay. Aber doch nicht bei der ersten Klippe. Also, tut mir leid. Du bist leider Arthus. Nicht Arthus, gell. Auch wenn du so ein Goku Super Saiyajin 3 bist. Nein, 2. Geh mal weg. Ich bin hier... äh, ich bin... Arthus. Was habe ich mit den Flossen? Ja, und jetzt? Ah, immer das Problem mit der Größe. Äh, ja. Siegen, denke ich mir. Ah. Ah, man muss einfach weglaufen. Sag doch das. Man muss es sozusagen wegreissen. Schwert im Stein. Der Name ist jetzt Atur. Okay, und damit... Kann ich nicht schlagen. Was? Das Doom Slayer? Okay. Ist das nicht von einem Superhelden eine Waffe? Geil. So, und auch den Turm, genau. Aber was ist hier oben gewesen? Damals? Vielleicht heute auch noch, aber damals wann? Mich interessiert's halt sehr. Ja, warum ein bisschen länger das Video machen? Aber zuerst muss Interesse geweckt werden. Ja, ich glaub das wird nichts mehr. Ist gar nichts hier oben. Okay. Aber hier, nein. Oh, Ballons. Ballon, nein. Ich wollte den Ballon kaputt machen. Hm. Also dort oben müssen wir auch noch hingehen. Okay. Wir werden zum Fuchs. Furry. Okay. Ich bin dann Furry. Ich weiß es nicht, aber so Masken müssten sehr unbequem sein. Es ist ja Stahl innen und so ein Draht. Okay. Wo ist der Turm? Sind wir in die falsche Seite? Ja. Ich seh nix. Ja, dort oben. Okay. Hab's gesehen. Ich hab's gesehen, Spiel. Ah, wow. Wie dieses Knackgeräusch. Sehr schön. Wunderbar. Zum Hafen gehen wir das nächste Mal, wenn ich nicht noch mehr Ding habe. Und dann zum Konzert rüber, was ich gesagt habe. Ja. Das mit den Nufos mach ich dann am Schluss. Sieht nicht mehr so schön aus mit so vielen Nufos. Aber die Aliens wollen auch auf die Erde noch kommen. So. Also. Dankeschön fürs Zusehen. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es war genügend lustig und genügend spannend. Ihr dürft natürlich immer, natürlich immer etwas abkürzen oder so. Aber ihr verpasst eventuell etwas. Ja. Das ist wichtig zu sagen. Stetig. Das ist immer witzig. Es ist immer etwas los in diesem Spiel. Ja. Und während wir ein bisschen herumwackeln und uns totstellen, verabschiede ich mich. Dankeschön fürs Zusehen. Und ja. Es kommen natürlich noch gerne weitere Videos. Schreibt mal so ein bisschen in die Kommentare, was ihr noch machen könnt. Oder was ihr sehen wollt. Emi dürft gerne auch mal mitspielen. Oder. Ähm. Einfach irgendwelche Dinge vorschlagen, wenn ihr auch etwas nicht wisst. Könntest du das mal machen. Dann geht das und so Sachen. Ja. Und. Genau. Bin mal gespannt, was noch kommt. Wir können das Spiel wirklich ausmerzen. Bis sich alle Bugs entdeckt hat. Ja. Aber das ist immerhin lustig. Ein Spiel, wo die Bugs einfach etwas umkehren im Element ist. Und einfach Spaß macht. Das ist gut. So. Also. Jetzt muss ich mich aber verabschieden. Dankeschön fürs Zusehen. Und. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.